Erneut untersuchen Ermittler des Landeskriminalamtes gemeinsam mit Anthropologen der Gerichtsmedizin Wien das Abbruchhaus von Himberg. Ein Leichenfund vom Oktober gibt Rätsel auf. Neue Beweismittel sollen an diesem Mittwoch gefunden und sichergestellt werden. Also die Ermittlungen werden von den Kollegen des Landespolizeidirektions des Landeskriminalamtes Niederösterreich konsequent geführt und sind laufend. Das heißt, es wird hier jeder im Ansatz nachgegangen und es werden hier laufend Erhebungen und Ermittlungen durchgeführt. Das bezieht sich nicht auf einen Tag, sondern das wird durchwegs gemacht. Genau hier in diesem heruntergekommenen Gebäude kommt es bereits 2015 zu einem Mord. Eine 46-jährige Frau wird damals von ihrem Lebensgefährten mit einem 20 Zentimeter langen Küchenmesser erstochen. Das Motiv? Eifersucht. Noch im gleichen Jahr erhält der 54-jährige Mann aus Ungarn eine lebenslange Haftstrafe. Doch damit nicht genug. Der Ungar hat bereits 1997 seine damalige Freundin auf gleiche Art ermordet. Auch damals saß er dafür ein. Nun gerät der Verurteilte und das Mordhaus in Himberg erneut in das Visier der Ermittler. Die skelettierte Leiche, die nach einem Besitzerwechsel im Oktober im Abbruchhaus unter Mühlbergen entdeckt wird, könnte ein weiteres Opfer des Mannes sein. Die Polizei hält sich dabei aber noch bedeckt. Es ist so wie angeführt, wir müssen das Ergebnis dieser Untersuchung, dieser gerichtsmedizinisches Gutachten abwarten, ob hier ein Fremdverschulden vorliegt oder nicht, ob es ein natürlicher Todesfall ist. Dann muss auch abgewartet werden, eben das Ergebnis, wie lange diese Knochen hier abgelegen sind und welche Identität zu dieser Person, der Verstorbenen oder des Verstorbenen führt. Chronik-Chef der Tageszeitung Österreich, Roland Kopp, hat weiter recherchiert. Für ihn ist klar. Durchgesickert ist, dass es sich um eine junge Frau handelt, dass so Mitte 20, dass die Polizei eigentlich, sie wollen es noch nicht kommunizieren, aber eigentlich schon auch ihren Namen kennt, sie auch schon weiß, wer sie ist, sie ist eine Tschechin. Man kam auf sie durch die Kleidung, die man bei der Leiche, also bei dem Skelett doch gefunden hat, hat dann die vermissten Karteien durchgeschaut und hat ein passendes Opfer, also eine abgängige gefunden und ist sich quasi, sagen wir mal, ziemlich sicher, dass das diese Frau ist. Was halt fehlt zu einer hundertprozentigen Gewissheit ist halt noch der DNA-Abgleich, die Proben wurden eingeschickt. Jetzt ist die, das dauert halt dann noch, je nachdem wie schnell das Labor hat, ist eine Woche bis einen Monat. Und wenn man es ganz eilig hat, hat man es auch in wenigen Tagen, aber kommuniziert wird es halt dann, wenn sie sich hundertprozentig sicher sind. Aber so wie es jetzt ausschaut, ist es eine Tschechin, die hier möglicherweise gewaltsam ums Leben gekommen ist. Wenn ich eine Leiche finde in einem Haus, wo jemand schon jemanden ermordet hat, dann gehe ich nicht davon aus, dass die da in einer Krippe gestorben ist und dass der vergessen hat, sie zu beerdigen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das war ein Messie-Haus, da hat der Obdachlose gewohnt, hat schon einmal im Vollrausch eine Frau abgestochen, ist schon länger in Österreich. Und genau in demselben Haus ist noch ein Skalett und eine Frau, die vor circa fünf Jahren gestorben ist. Also ich gehe davon aus, dass die Frau auch zu seinen Opfern zählt und wenn es drei gibt, könnten es natürlich noch mehr werden. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich will noch abwarten. Der Mann befindet sich derzeit in Haft. Ob hier ein Zusammenhang mit diesen Knochenfunden besteht oder nicht, ist ein Teil der polizeilichen Ermittlungen. Dazu gibt es jetzt keinen konkreten Verdacht. Innerhalb des nächsten Monats soll die DNS-Untersuchung ein Ergebnis liefern und somit Sicherheit bringen, um wen es sich bei dem Skelett handelt und ob möglicherweise der 54-jährige verurteilte Mörder ein Serienkiller ist. Untertitelung über 20.04.2021